ich kann es nicht auflaufen ich brauche erste hilfe zeug ansonsten benzin habe ich derzeit genug oder erste hilfe bräuchte ich mal schauen ist er irgendwo ein plus gibt es nicht ist wohl ausverkauft es würde aber trotzdem gerne machen so hier unten habe derzeit nichts was fehlt denn nur zwei so akten und das ist die riesen mission ich habe das vorher wechselt da ist diese eine waffenkiste die noch fehlt und dann haben wir sagen heli geht ein bisschen zackiger könnte ja fast eine schnellreise machen machen wir mal schnellreise darauf why not dazu ist sie ja da dass man sie oder hat was gepumst was denn da unten los in die luft geflogen oder was sie doch dann dauern was in der welt so warum nicht dann machen wir das da habe ich nichts hier da da ist ein erster hilfe track das würde ich brauchen 1,9 ein suv in gepanzert hat katarium ein fahrzeug gebeten weder kommt der master welt das geht ich kenne dass die abwurfsstände in dem games in iran sind teilweise gerade dass man sich nicht am hügel auf wie gesagt einmal haben sie mal die helikopter in eine garage rein gespawnt wie wenn ich da rausfliegen los so wir müssen da jetzt eine abkürzung fahren ein bisschen wie gesagt wir brauchen eine abkürzung das ist zwar eine andere region aber ich brauche das medizinische material ganz dringend jetzt können wir die waffen werden das ist ein super viel ein bisschen abkürzung fahren das kriegen wir schon hin da unten ist ja der schisser kein problem das gehört dazu das gehört dazu das gehört dazu ok 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 wir finden ach so eine ossen scheisse ehrlich aber hier sind zettel sehe ich gerade das ist doch cool das ist die andere region ja kommun auf scheissen da kommende mor voran fuck auf den dreck So eine Scheiße, ey. Wie kann man so ein Blödsinn bauen, wo man sich festpacken kann? Das ist ein bisschen Scheiße gebaut. Einfach so ein blödes Loch da hinsetzen. Das ist idiotisch. Man muss da irgendwas machen, wo der Spieler wieder rauskommt. So ein Bullshit, echt. Das ist einfach nur Bullshit, sowas zu machen. Der ist noch hinten, weil man Treibstoff... Ne, Treibstoff will ich nicht. Das war doch vorher erste Hilfe. Hat sich das verändert? Ist ja pervers. Ja, dann würde ich sagen, scheiß drauf, dann fahren wir da runter. Hier ist erste Hilfe jetzt. Dann schnappen wir uns. Wir brauchen nämlich medizinische Vorräte. Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. Bin drauf. Das ist hier unten eigentlich. Bereit? Teuer frei. Erhört das Feuer auf diese Ärsche. Hurra! Kartelln-Arschlöcher. Mist, aufgeflogen. So. Wir haben da irgendeinen Massaker gemacht. Aber hier gibt es schöne Ressourcen. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollen von den Rebellen erkaufen. So, weiter geht's. Das ist gerade Del ein bisschen ausgetobt hier. Das war's. So, der sieht aus. Piepel. Da ist die Tür. So, alles geht. Das ist das. Ja, sowas. Das ist das. Und die Tür rein. Das ist das. I, das ist das. Das ist das. Das ist das. So, ich werde ein bisschen vorfliegen, dann gepanzertes Fahrzeug spawnen und dann werden wir da strecken, wo es jetzt kommt. So, wo sind wir? Hier, da müssen wir circa zum Fallstecken gehen. Verdammt, so etwas habe ich seit dem Irak nicht mehr gesehen. Sandsecke, Stapeldraht, Wachtposten, die Rebellen machen Santa Blanca die Hölle heiß. Ich wette, die Karteller-Arschlöcher hätten nie gedacht, dass sie Scharfschützen und USB-Vs ausweichen müssen. Karma kann so scheiße sein. Papa Katari, um mein Fahrzeug gebeten. Ja, jetzt liefern sie es gescheit. So, jetzt werden wir diesen Konvoi hier stoppen. Er bringt nämlich medizinisches Material. Feuer! Ja, ich versuche mit dem Truck zu fliehen. Hammer! Halt mal schon auf, das ist ein medizinischer Vorwärter. Oh, was darf? Halt mal vor! Den wohnen wir schon allein, überhaupt kein Problem. Oh, ich versuche mit dem Truck zu fliehen. Und so, jetzt sind wir es, ich versuche mit dem Truck zu fliehen. Denn so, jetzt werden wir sie auf, das ist ein medizinischer Vorwärter. Da sind wir dabei schon als Team zu fliehen. Du bist ein auf und möchtest, das wird es sein können. Dann fangen wir schon rein. Der Wagen ist frei. Da steht in eurer Granate, das war ne Idee. Okay, der Penn, da ist der Sniper, bitte platz machen. Sniper, hallo, oben. Sniper? Bereit machen, Feuer! So, der ist weg, sehr schön, wir schnappen uns die medizinischen... Spitzer, die Rebellen können 10.000 verlaufen, besser sie haben als das Kartell. Das geht Tier 1 for the win. Es wird zwar immer schwieriger, aber man kriegt auch einen Bonus, dass man mehr erntet... Was heißt erntet, äh, kriegt, ne? Da kann man jetzt schön was machen. Was vernünftiges hoffentlich. Schauen wir mal, Drohne, Drohne ist das Beste. So, einen kurzen Moment, muss ich mal gucken, ne? Bis zum nächsten Mal, Vielen Dank. Vielen Dank. Ohne verfügt im Ausrüstungsmenü. Erhöht die Wirkungsradius. Ja, das auf jeden Fall. Das benutze ich nämlich. Das ist richtig super. Kann ich leider nicht nochmal. Doch, können wir nochmal. Super. 13 Meter. Google-Garn würde ich gerne nehmen, aber das geht jetzt nicht mehr aus. Aber das ist schon okay. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Jo, passt. Wie sieht es hier aus? Wir hoffen, wir hatten super. Bisschen mehr Damage. So, jetzt brauchen wir wieder Futter. Alles klar. Wir sind jetzt da unten. Ich muss ja wieder nach oben. Und, jo, ich würde sagen, bekannt das Bomben. Bin drin. Wie gesagt, altbekannt das Bomben. Und, dann machen wir diese Mission. Seht's. Mal, wenn ich bekämpfe. Alter. Who the fuck? Raschen. Komm her, du. Komm her. Junge. Entdeckung, verdammt. Was ist das? Okay, bin unterwegs. Mach mal ganz anders. Das Ziel. Naja, wieder schauen. Naja, fuck. Ich muss die so ein Kämpft wegkriegen. Weil. Ja. Kann ich nicht schnell reißen, okay? Ach, woher bin ich mal. A partir de la madre con todo. Vamos a seguir de 100 mandas. Disparen! Shit, die wollen hier lang. Was jetzt? Ja, wie gesagt, ich muss die so ein Kämpft wegkriegen. Dann kann man schnell reißen machen. Ja, durch den Umschauen. Ein LKW. Ein Rappellen. Kein Rappellen, du hast. Eine Sache. Ja. 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 So, können wir? Das müsste es jetzt doch endlich auskennen. Nur immer nicht. Ach komm. Ich bin nur gejagt. Nur warten kurz. Das ist ein bisschen blöd, dass ich verschwinden muss. Aber es ist irgendwie logisch, wenn du gejagt bist. Das wäre es einfach weg. So, wir haben es. Na, endlich. So, rauf da jetzt. So, und jetzt machen wir den Story-Auftrag da. Was ich eigentlich machen wollte. Wir haben gut abgekriegt jetzt. Das wird sich rentiert. So, richtig. Das ist nachgeschwindig. Fuck. Das ist jetzt blöd. Aber okay. Das ist diese Riesen-Base. Befreien Sie die Gefangenen. Und finden Sie etwas über die Vermissten heraus. Ich nehme das Motorrad. Aber egal. Ich glaube, ich kann gerötzt werden. Schöner Bauchfleck. Verdammt, das ist ja knapp. So, in dieses Gefängnis muss man rein. Aber weißt du was? Ich bin einfach faul. Ich bin einfach faul. Ich bin einfach schneller mit meinem Fahrzeug und dann läuft es. Es gibt Feindaktivität. Die Fahrt kann losgehen. Wir halten dann auch keine Retter gefangen. Am besten wir nähern uns von oben. Passt auf, wo ihr hinschießt, wenn wir sie attackieren. Die Befreiung der Gefangenen hat Priorität. Los. Passt auf, wo ihr hinschießt. Sie werden schon keine Gefangenen abschießen. Ist es UNIDAD? Nee, ist ein Retter, nicht sehr schockt. Ich sehe viele Suchscheinewürfel. Hey, alles grün. Den Alarm ist noch weg. Passt auf, geh auf meine Alarmsicherung. Alarm ist weg. Alarm ist aus. Shit, wir haben Gesellschaft. Ja, von oben, da müsste ich da rauf, das ist blöd. Aber, äh, ich hab ja mein Brünnchen. So, dann checken wir mal die Lage. Schau mal am Eingang vorne. Hat die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Das sind sicher auch noch welche, oder? Sehr eingeschätzt. Wieder ein Bild. Roger, ich gehe in Position. Eine bessere Schusslinie. So, die Dreiwecker mal Eingang. Das wäre immer ein Hit. Und dann machen wir weiter mit denen hier. Und dann rein zum Knast. Was, da ist ein Snibber. Ist da oben, ne? Bereit für den Angriff. Hab kein Ziel mehr. Ja, dann such dir ein Ziel. Komm schon. Ich baue mein Ziel, also macht jetzt. Nein, sei da ein Problem, das ist schlecht. Egal. Tango getroffen. Okay, alles ist gut. So, zum Zaun kann ich den nicht erschießen, das weiß ich. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020